Hallo liebe Läuferin, wenn du ein neuer tiges Dämpfungssystem suchst, dann ist der Adidas AdiStar Boost genau das Richtige für dich. Das innovative Zwischensohlenmaterial aus Boostschaum dämpft dich angenehm weich und gibt dir in der Abdruckphase einen zusätzlichen Energiekick. Die Formotion-Einheit ergänzt das Dämpfungssystem optimal und mit der entkoppelten Ferse hast du ein ganz natürliches Laufgefühl. Etwas ganz Besonderes ist das Techfit Obermaterial aus Textil, was sich an deinen Fuß anpasst wie eine zweite Haut. Die Synthetik-Overlays und die verstärkte Ferse geben dir ein sicheres Laufgefühl und den nötigen Halt. Bei längeren Läufen und Ermüdung deiner Fußmuskulatur hält dich das festere EVA-Material in der Ferse und das Sorgensystem im Mittelfuß. Optimalen Grip gibt dir die AdiWare Laufsohle mit Continental Gummi. Damit hast du auch auf nassen Untergrund optimalen Halt. Der Adidas AdiStar Boost ist für kurze und für lange Einheiten ein absoluter Spaßmacher. Und du bekommst ihn direkt bei deiner Runnerspoint-Firiale oder hier im Online-Shop unter www.runnerspoint.com.